5a, hier wollen L und M und was mit dem K? Der ist zu Gast. Also der Sand hört sich irgendwie ziemlich matschig an. Kann man ja mal so... Der ist ja auch so matschig. Ähm... Was denn? Merkwürdig. Warum wir unser Bild im Schlafzimmer nicht angezeigt? Ist das weg oder ist das einfach nur ein Anzeige back? Hä? Ist noch viel zu hilf zu knacken. Mitosen in einem Sp Surezimmern werden? Das wird in der Schlafzimmer. Macht bitte doch nur voll... Zu hell zu... Das ist immer noch viel... Zu hell... Warum sag ich das eigentliche immer... erhach, das ist so hell is... Das ist so hell ist... Da wird man ja voll angepisst... man nicht zu sehen ja und schießt die dahingestellt ja ja, dass ich immer weiß, weil es Wormt nicht ist. Du hast jetzt ziemlich viel Koppel, würde ich mal zu behaupten. Sand auf. Kannst du mal pennen gehen? Aber ich bin noch kein Tender. Ah. Hey, Klaus, ihr habt mal Eisen. Ich brauch mal etwas. Oh, ich hab hier ein bisschen viel. Hallo. So, mein. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Deshalb wäre ich jetzt erst mal ab. Kannst du jetzt gehen? Kannst du jetzt gehen? Ja, im Glas nicht. Ich geh pennen. Ja, ich geh pennen. Ja, ich geh pennen. Und, ich geh pennen, nicht player auf der three, hihihi. In den letzten Folge her. Oh. auch alles bereit machten, um auf die Welt zu kommen. Oh! Damit können wir unser Brot schmieren. Ich will immer noch eine Silk-Touch. Musik ja das mache ich auch mal der Frieden Teil ich musste und dann müssen wir in die Nummer sagen und dann um mich die nein und sie nicht und dann werden sie ja ich jetzt nichts dann werdet ihr mal was anderes also dann werde ich als Michael die Ausblenden und die Programme weiter nicht sagen dann nicht aus ja hoffentlich kann es jetzt die in der Aufnahme vor jetzt du willst mich so zu Arsch Windows Live Also Windows 7. Und den da. Ich weiß, ich konnte auch einfach Teamspeak 3 benutzen, aber Teamspeak hat kein Server für. Hilfe, ich habe Hunger. Guck mich mir erstmal an. Du guck mich mir erstmal an. Oh, ich habe Gammelfleisch. Ich nicht. Ich kann Gammelfleisch essen. Und zwar ganz, zwei Stück. Und ich habe nicht meine Hake, um mir hier spontan ein Feld zu machen. Jetzt darf ich wieder wieder heilen. Wirst du die Kekse machen? Eventuell. Hallo, warum startet Messenger nicht? Und neun haben wir wieder. Am Tacho. Mein Magen. Au. Ich verhau auf. Au. 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 Ich habe mir was zu gefressen. Nein. Habe ich mir einen Hering rein. Ist zwar roh, aber immerhin was zu fressen. Da ist er. Gammelfleisch. Jetzt würde ich dir gerne noch ne Milch hinterher trinken. Die sollen gesund sein, die Milchen. Aber ich habe keine. Hier habe ich mir ja meinen Inventargrößen. Jetzt. Warum startet Messenger nicht? Kann mir das mal einer erklären? Oder warum gehen die Pläne es nicht mehr an? Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Kann es sein, dass der Task. Also Messenger müsste doch eigentlich an sein. Ja. Hier unten in der Leiste ist es auch an. Aber. Ich muss mich noch verbinden. Wenn ich das Bild. Dann das gerade. Hilfst du? Ich habe hier ein volles Leben. Hui. Automat. Ah. Jetzt. Ähm. Ja. Anmelden. Dann melde dich du mal an. Dich du. Ich weiß tolles Deutsch. So. Pack mir mal die Brotmesserswil. Brotmessern. Ich weiß. Das ist die Idee des Jahrhunderts. Darauf wäre niemand gekommen. Hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, wie es im Original ist. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Sieht doch bestimmt zum Original. Das ist so schön Panorama. Ja. Und ich mag Panorama. Sag mal. Willst du mich verarschen? Diesmal musst du aber untergehen. Und den fragen. Nein. Er. Kommt ja gerade hoch. Anscheinend. Was? Das Teil will sich nicht anmelden hier. Aber gleich sollte es endlich sein. Weil ich habe das standardgemäß nicht an. Es wird jetzt für einige von euch erschreckend sein, dass ich standardmäßig mein Sprachprogramm nicht anhabe. Aber ich benutze das auch gewöhnlich nicht. Jetzt reicht's. Abbrechen. Das weiß ich auch natürlich nicht, welcher Prozess das ist. Sodass ich es nicht mal beenden kann. Wartet mal, Leute. Ich beende mal kurz die Aufnahme. Damit wir das hier endlich mal geregelt kriegen. Also tschüss, bis gleich. So, Herr D.K. tötet gerade Hexen. Mit Eisengurlern. Anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren. L steht neben mir. Ja, und die Hexen haben den Eisengurlern besiegt. Und sie beballern sich jetzt gegenseitig. Soll ich die Play... Ach, die Play ist das nicht aus. Komm, die hat gerade nur Ärger gemacht. Welches Bett? Welches Bett? Also hier nicht. Weil wir hier keins haben. Okay, wir haben nicht mal Holz hier. Tja, wir haben irgendwie ein Problem. Hilf uns, Herr D.K. So. Weil wir kein Holz hier haben. Und die Zombies. Ich hab selber keine... Oh. Hast du... Ich freu's dich jetzt nicht an. Ja. Der hatte beinahe in die Tür zu wissen. L. Hier was zu essen, wenn du's brauchst. Danke. Für später. Ich bekämpfe die Monster. Das ist zu gefährlich für dich. Das ist zu gefährlich für dich. 어머'. Im Bauernhaus? Ach so, der ist schmerz. Das ist schwer. atsch. uh super. ich bin ich nicht gehen auf Speichern zu tun und dann kommt jetzt auf sie Drachenkrebs und nun wird er schon zu dritt drachenkrebs hat die schlechteste Verbindung da jetzt sind alle wieder gleich nein ich bin ja nicht gleich ich bin Drachenkrebs nicht für die war Don't-shit-Zombie-Man! Wie ist das möglich? Ich hatte gerade volles Leben und dann haben die mich beide umgebracht, weil das Spiel geruckelt hat. Ey, kannst du mal mein Zeug aufheben? Nee, jetzt ist der auch noch weg. Nein, nur weil er spit hat, bin ich geschoben. Ja, kannst du mal mein Zeug da aufheben, was da liegt? Wo bist du denn? Ja, kannst du mal ein Zeug aufheben, das liegt neben dem Bauernhaus. Ja, ich bin auf dem Weg zum Bauernhaus. Ja, ich bin auf dem Weg zum Bauernhaus. Hier ist das Spiel. Bei HDK ist das Spiel komplett abgestürzt, Leute. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange wir noch aufnehmen sollen. Dass das Spiel so hängen kann. Ich bin jetzt erschießen.